Welches Yoga-Buch ist das Beste? Das ist eine Frage, die ich manchmal gestellt bekomme. Meine Antwort ist relativ einfach. Das Yoga-Buch, das Dir am meisten weiterhilft, ist das Beste. Und das kann ein ganz unterschiedliches Yoga-Buch sein. Ich selbst empfehle insbesondere das große Hatha-Yoga-Buch von Yoga Vidya. Da hast Du eine ganze Menge, sowohl als Anfänger als auch als Fortgeschrittene. Du findest dort die Yoga Vidya Grundreihe, Du findest die 84 Hauptasanas, Du findest dort Rücken-Yoga, Du findest auch eine schöne Einführung ins Yoga, Du findest den 10-wöchigen Yoga-Anfängerkurs erklärt. Und so ist das ein Buch, das sehr tief geht und Dir gleichzeitig viele Hilfen geben kann. Es ist auch schön gestaltet mit wunderschönen Fotos. Also wenn Du mich fragst, welches Yoga-Buch ich als das Beste finde, das ist sicherlich dieses Buch. Ein zweites Buch, das mir auch besonders am Herzen liegt, ist das Buch von Swami Vishnu Devananda. Swami Vishnu Devananda hat das große illustrierte Yoga-Buch geschrieben Ende der 50er Jahre. Und es ist bis heute ein sehr gutes Yoga-Buch, wo Du insbesondere siehst, wie der Meister selbst die Yoga-Übungen gemacht hat. Natürlich, die Übungen sehen nicht mehr so ganz modern aus, sie sind Schwarz-Weiß-Aufnahmen Ende der 50er Jahre. Aber Du kannst eben auch sehen, worauf es wirklich bei den Yoga-Übungen ankommt. Und auch hier gibt es schöne Kapitel mit philosophischen Themen des Yoga, wie was geschieht nach dem Tod, über Prana und Astralkörper und wer bin ich wirklich. Allerdings, dieses Buch ist vermutlich nicht mehr das allerbeste Buch für Anfänger, obgleich Millionen Menschen, insbesondere in Amerika, mit diesem Buch mit Yoga begonnen haben. Was denkst Du, was das beste Yoga-Buch ist? Für jeden ist es etwas anders und vielleicht kannst Du ja selbst schreiben, was Du denkst, was das beste Yoga-Buch ist. Diesen Vortrag oder diese Anregungen gibt es ja als Video und als Audio. Du kannst auch den Link auf Facebook teilen und dann kannst Du ein paar Worte dazu sagen, was ist für Dich das beste Yoga-Buch. Das ist für Dich das Yoga-Buch.